Herzlich willkommen zu einer kleinen Testrunde. Jetzt auf Windows 7, was es hoffentlich auch mit dem MSI Afterburner wieder ermöglicht aufzunehmen. Mit einer stumpfen Bildschirmvideoaufnahme. Kann ich nur hoffen, dass das funzt. Windows 10 wollte es irgendwie nicht mehr, nach der letzten Buld 1703 oder was, das ist da. Aber das klingt und sieht doch brauchbar aus. Zudem habe ich mir das Windows 10 vollkommen abgeschossen. Drei, zwei, eins, los! Gut, das braucht ein paar. Das sieht doch schön aus. Teil 2. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Vielleicht. Könnte nicht da sein hier. Oh, dämliches Stück, Alter. jetzt verziehe ich endlich scheiße es war keine ahnung warum er die drehzahl da so komisch hinsetzt das krieg was das No power power power, hat wohl was. Gute alte 3D-Fix-Parfik hier. Hier ist leider verbietet, dass die Scheinwerfer einen Lichtschein einstrahlen. Aber das finde ich jetzt nicht so wild. Das würde man jetzt hier gerade sehen. Leicht. Eigentlich. Gut. So mein Lenkrad hört das natürlich unvermeidlich. Aus Feedback und so. Wahrscheinlich in der Aufnahme stärker, wie ich es gerade selber höre. Mein Kopf hören. Tja. Du bist auf dem zweiten Platz. Ich hoffe, dass das hier funktioniert jetzt. Weil das möchte ich ja gerne weitermachen.